Musik Komplekta verfolgt das Ziel, eigentlich genau dasselbe zu machen in Second Life wie im Real Life. Wir wollen Kommunikation und Marketing betreiben, die Unternehmen unterstützen und das können wir natürlich im Second Life auch machen, weil die Unternehmen in Second Life haben ein großes Kommunikationsbedürfnis. Musik Die Möglichkeiten, die Second Life bietet im Bereich Marketing und Kommunikation, das heisst wir wollen uns mit dieser Materie beschäftigen, was ist möglich in Second Life, wie kann man Second Life nutzen für das Unternehmen und wie kann man dieses Medium gezielt einsetzen in Marketing und Kommunikation. Musik Second Life ist eine 3D-Welt und diese 3D-Welt kann aufgebaut werden von den Mitgliedern selbst. Das heisst es sind Avatare in Second Life und diese können eine Community bilden und eigene Welten aufbauen. Musik Wir haben schon mehrere Projekte verwirklicht in Second Life, da wäre zum einen das Finance Forum, das sowohl in Second Life als auch in Real Life stattfindet. Da haben wir Kommunikationsunterstützung geboten. Wir haben auch für die Connex Medien Agentur bei der Eröffnung ihrer virtuellen Dépendance ebenfalls Kommunikationsunterstützung geboten. Wir haben PR gemacht über die beiden Welten hinweg, also über Second Life ins Real Life. Wir sagen dem auch Cross-World-Communication, weil es sich um zwei Welten handelt. Und wir haben schliesslich für den Auftritt von Quoni in Second Life die verschiedenen Kommunikationsinstrumente getextet. Musik Musik Musik